So und jetzt von der... Ah, sehr gut, da haben wir schon wieder eine Frage beantwortet. Als nächstes ein Lied von einer Band, die ich sehr zu schätzen gelernt habe im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon auf meinem Schirm sind. Ich habe den Lukas für diese Band gewinnen können. Sie leben in Stuttgart, sie sind zwei und das hier ist Don des Dorfes. Aufgewachsen zwischen Feldern und Wald, groß geworden gleich den Kälbern im Stall. Wohl behütet heile Welt überall, fern von Sex, Drogen, Knast und RTL 2. Hier geht's jeden Morgen in die Schule per Rad, einmal im Monat mit dem Zug in die Stadt. Für das Schnaps kaufen steht der große Bruder parat, hier wo man noch T-Shirts aus Kuhleder hat. Ja, ich hab zwar ein Handy, aber niemals empfangen. Das ist auch nicht so wichtig, nur meine Mutter ruft mich an. Zwei Dosen mit einer Kordel zu den Nachbarn gespannt, denn meine besten Freunde wohnen direkt nebenan. Ich bin der Don dieses Dorfes, ich bin der Kaiser des Kaffs und ich muss hier nicht vor, denn ich hab es geschafft. Deine Stammplatz in der Kneipe, wo ich dann schreiben kann. Ein Bäcker fragt wie immer, mein Friseur kennt meinen Namen und nichts auf der Welt fehlt mir zu meinem Glück. Auf der Straße grüß ich Omas und sie grüßen zurück. Mein Kleidungsstil ist retro, das steht außer Frage, weil ich seit Jahren die Klamotten der Geschwister auftrage. Ich hab zwar nur Schwestern, doch inge Hosen sind Trend. Die Marken sind egal, Hauptdach der Trecker ist von Fendt. Ich bin der Don dieses Dorfes, ich bin der Kaiser des Kaffs und ich muss hier nicht vor, denn ich hab es geschafft. Deine Stammplatz in der Kneipe, wo ich dann schreiben kann. Mein Bäcker fragt wie immer, mein Friseur kennt meinen Namen und nichts auf der Welt fehlt mir zu meinem Glück. Ich hub' nen Girl aus meinem Fan zu und sie läuft nicht gleich weg. Das Leben ist sehr einfach, der Horizont ist sehr klein. Der Bus zählt hier nur sonntags, aber niemals steigt wer ein, denn wir sind ja alle glücklich zwischen Gerste und Mais. Vorausgesetzt man ist katholisch, hetero und weiß. Ich bin der Don dieses Dorfes, ich bin der Kaiser des Kaffs und ich muss hier nicht vor, denn ich hab's nicht gerafft. Ein Stammplatz in der Kneipe, wo ich dann schreiben kann. Ein Bäcker, der was fragt und ein Friseur mit meinem Namen. Vielleicht fehlt mir die Welt zu meinem Glück, doch wer soll's mir erzählen? Es kam keiner zurück. Wir müssen eine halbe Strophe vergessen eigentlich. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mich auch kaum auf Musik machen konzentrieren, weil der vor uns so lecker gekocht wird. Schwierig. Es sieht so toll aus, wie der Ralf hier die Pfannkuchen. Wenn wir sind beschäftigt, dann machen wir noch einen. Äh, äh, wendet.